Ähm, da kommt die hoch. Bäm! Scheiß-Medic. Hallo? Ja, die gegnerischen Medics. Oh! Gerade hast du noch mal die Kurve gekriegt. Ich hab das schon verstanden. Ich wollte ihn nur mal ein bisschen schützen. Ihre Verstärkung hat jede die Hälfte des Tunnels passiert. Ah, ja. Oh, nein, was? Also da, wo ich bis jetzt bin, geht's. Kam noch kein einziger Feind. So, schön. Warnung! Weitere Feinde unterwegs! Oh! Oh! Schauen Sie durch! Die Verstärkung ist gleich da! Also mein Pussyplatz, der ist bis jetzt am besten. Oh! Oh! Okay, da ist aber ein Sniper jetzt. Wann? Oh. Oh! 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 da auf jeden Fall Alta und schon wieder dieser Shotgun-Typ ne, ich stehe durch vorhin kam er von unten, jetzt kam er von oben, Alter ja, klar nein also ich hole mit Schokolade aber ich muss sagen da oben war es recht sicher, nur der eine Typ hat mich platt gemacht wo ist da oben? ähm, warte, das war, muss ich kurz gucken aber erstmal ein bisschen Medi-Kids und so einsammeln ähm, ähm ich war hier hier die ganze Zeit dahinter und das Problem war aber, dass dann äh, vorhin kam der Shotgun-Typ unten und jetzt kam er aber von oben aha, ok aber die Mission ist schon einen Tacken härter das täuscht, weil sie halt von mehreren Seiten kommen das ist nervig boah jetzt, jetzt macht er alle fertig mit ihrer Schokolade hm ja voll Milch hm 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 die Verstärkung ist zu ihnen unterwegs sie haben den ersten schon passiert und drücken schnell vor doch sie machen nichts fertig oh ich glaub dem lebst du noch? scheiße ja äh komm wieder warte ich versuch's mal von, äh Gironi- ach komm Gironimo ha, da ist einer du siehst mich nicht du siehst mich einfach nicht aber wie geil alter der sniper hat mir voll okay ich glaube ich gehe auch mal in eurer ecke mit rein vielleicht hilft hier dankeschön was da oben geistert ihr rum und Ah, einer weniger. Da kommt einer hoch. Shotgun. Ah, hier. Ja, den schaffe ich nicht. Da sterbe ich sofort. Jo. Ey, wie der einen einfach mal zerfickt hier. Alter, what the fuck? Was war denn das? Der Sniper bestimmt hier. Bestimmte Sniper da bei dem Fenster. Das ist so viel weniger Leidfarbe, das ist schon zum Kotzen. Ich weiß nicht, von wo ich geschossen werde grad. Von allen Seiten. Ja, irgendwie. Sehen tut man aber nicht. Oh, da kommt ne Gelbe hier hoch. Lass mich nehmen. Ja, ja. Äh. Wie der über mich drübergekrabbelt ist. Na? Na? Na du? Oh, da kommt der nächste Gelbe hoch. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. 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 Aber wir sind sie da noch. Aber so viel Gelbe, wie wir sind, wir sind bestimmt im Stadtbezirr Gditteln, oder? der war so mies ich weiß face palm wieder das flypfe hier sagen wir können die Granaten mal aufhören die schieben mich hier durch die Kante oder die machen weiter bis ich bei euch nach hinten geschoben werde die kommen aber aus anderen richtungen vor sich das sind jetzt drei stück da oben einer steht genau bei meiner leise ja ich muss abladen ich muss abladen ich muss abladen aber weißt du rein zufällig um die Verstärkung dann wenn alle da unten die sitzen da unten auch noch gemütlich eine und sobald sie hier als Schießerei ist vorbei auch tot und Zeit wir haben uns ein bisschen verspätet naja stand ja genau auch das worteam muss sich an verkehrsregeln halten egal ob notfall oder nicht danke ich liebe man ahhh bei 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 ich hab die granate aufs zeltdach geschmissen das macht jetzt meine zu granate auch mal achten dort wird es vorgekommen ich habe keine ahnung da kann nur unten sein weil oben ja da unten ist so aber jetzt kann ich immerhin wieder was habe ich da gerade gelesen umgebaute smg 9 mit 10.000 schaden die nämlich natürlich sofort die kann ich noch nicht nehmen also das war schon ein krampf wir haben den jackpot agent ich habe aufnahmen von blitz persönlich irgendein propagandazeug die nächsten hauptmissionen wird dann noch bei 27 und 26 also ich habe es jetzt mittlerweile mal auf 8400 lebenspunkte geschafft also das ist doch nicht mal ach der rucksack ist sogar schlechter weg was haben wir da du nehmissionen oder was ja das ist ein hohem level und die 18er was für eine 18er nehmissionen ja gut ich muss euch erstmal finden ja doch ich probiere mich erstmal zu dir zu teleportieren ich teleportiere mich gerade selber ist nach rechts unten mit dem steuerbesand ja 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 aber ich jetzt erstmal fix ein rauchen mei o mei o mei du noch sechs level dj noch fünf level dann habt ihr schon das maximum und bei mir sinds noch neun aber geht schnell bin ich jetzt so ich bin immer noch da sehr schön ja ich bin richtig so ihr flitzberg schöner einrauchen und so